Dr. Baines, was wird getan, um den Grund für diese Explosion herauszufinden? Nun ja, wir wissen nichts, bevor wir nicht die Wrackteile untersucht haben. Wir sind dabei, die Überreste in einen Hangar zu schaffen. Können wir uns das ansehen? Leider nicht. Die Presse hat keinen Zugang zu den Räumen. Keine Ausnahme? Ich sehe, was ich tun kann. Großartig. Äh...